So, weiter geht es mit der großen Joomla-Serie und heute schauen wir uns endlich das fünfte Kapitel an. Es gab jetzt eine lange Pause, weil ich zwischenzeitlich auch ein paar andere Dinge machen musste. Aber weiter geht es jetzt endlich mit Kapitel 5, den Sprachen und der Mehrsprachigkeit in Joomla. Und wir starten mit dem Video 5.0, nämlich der simplen Einführung in den Bereich Sprachen. Hierbei seht ihr schon, ich habe jetzt nicht mehr an dieser alten Webseite rumgeeiert, an der wir zuletzt gearbeitet haben, sondern ich starte mit einer neuen Installation, denn schon in der Installation werdet ihr nun beim letzten Step darauf hingewiesen, dass dort bald die Möglichkeit besteht, multilinguale Inhalte zu erstellen. Und ich würde euch auch dazu raten, wenn wir so eine Mehrsprachen-Webseite aufbauen, dann installiert euch diese Beispieldatenkäse hier nicht. Also ich gehe davon aus, dass ihr in diesem Bereich dann, wenn ihr hier diese fünfte Kapitel anschaut, mittlerweile schon so weit seid, dass ihr die Beispieldaten nicht mehr benötigt. Und natürlich zeige ich euch auch in den kommenden Videos, wie man alle weiteren Sachen einstellt, die man für diese Mehrsprachengeschichte in Joomla braucht. Aber grundsätzlich ist hier bei der Installation schon gut, wenn man da anklickt, keine. In Klammern wird ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass dies benötigt wird, für die automatisch standardmäßig eingerichtete multilinguale Webseiten-Erstellung. Wie gesagt, selbst wenn ihr jetzt mit den Beispieldaten hier das installiert habt, natürlich ist dann das Kind nicht in den Brunnen gefallen. Ihr könnt da natürlich immer noch ganz normal die Mehrsprachigkeit auch später hinzufügen. Aber das Ganze macht es auf diesem Wege natürlich deutlich einfacher. Wir ballern das mal eben drauf. Und landen jetzt in dem nächsten Bildschirm, wenn das Ganze soweit fertig installiert ist. Und ihr seht, es gibt hier einige Änderungen zu vorangegangenen Versionen, nämlich jetzt auch unter anderem die Möglichkeit, hier schon direkt bei der Installation auch weitere Sprachen zu installieren. Das machen wir jetzt gleich. Wir switchen jetzt aber erst einmal zurück, weil ich euch eine grobe Einführung geben möchte, worum geht es hier erstmal genau. Und dafür hilft uns eben unsere alte Website weiter, bevor wir hierhin wieder zurückkehren. So, wir wechseln nun einmal in das Backend dieser alten Installation aus den vorangegangenen Videos. Und ihr seht schon, ich bin hier im Bereich Extensions, Languages oder auf Deutsch Erweiterungen, Sprachen. Und wir sehen hier schon bereits zwei installierte Sprachen. Ihr seht die englische Sprache und ihr seht die deutsche Sprache. Und ihr seht auch darüber jeweils den Reiter Site und Administrator. Das heißt, üblicherweise, wenn ihr installiert, dann installieren sich automatisch beide Pakete mit. Aber ganz wichtig zu wissen ist, man unterscheidet bei Joomla eben zwischen der sogenannten Frontend und der Backend Language. Oder wenn wir hier in diesem Terminus bleiben wollen, dann eben zwischen der Site Language und der Administrator Language. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier, wenn wir den Reiter einmal auf Administrator umstellen, als unsere Default-Sprache, derzeit Englisch. Wir klicken also hier einmal auf den kleinen Stern, um das Ganze dann in die deutsche Sprache umzuändern. Ihr seht, dann wird hier oben direkt das verändert. Und Backend-Sprache bedeutet letztlich auch nichts anderes, als dass hiermit eben alle Inhalte in unserem Backend übersetzt worden sind. Dazu gehören halt eben diese Menüpunkte, dazu gehören diese Buttons, dazu gehören aber unter anderem auch, wenn wir uns jetzt hier mal so ein Modul anschauen. Dazu gehören dann eben auch die Tabellen hier und zum Beispiel, wenn wir jetzt in das Login-Formular reingehen, auch diese Einstellmöglichkeiten zum Modul. Da hat ja jedes Modul unterschiedliche. Und ganz wichtig dafür zu wissen ist unter anderem auch, dass das hier, diese Sprachgeschichte, wird über sogenannte Sprachdateien gesteuert. Inni-Dateien dazu kommen wir später auch noch dazu, wird es auch nochmal ein Video geben, wie man die selbst erstellt. In vielen Fällen ist es so, wenn man so Third-Party-Module benutzt, dann kann es unter Umständen sein, dass halt der Entwickler keinen Bock hatte, das Ganze so mehrsprachenfähig dann zu machen. Dann kann es sein, dass da halt eben, wenn ihr euer Modul hier im Backend anschaut, dass da so ein bisschen so kryptischer Text erscheint. Dann ist es halt eben so, dass entweder das halt nicht korrekt übersetzt ist, also es in diesem Fall dann keine Sprache gibt. Also in diesem Fall hat dann der Entwickler des Plugins zwar die entsprechenden Sprachvariablen hinterlegt, es wird aber eben nicht übersetzt, weil es eure Landessprache nicht gibt. So, dann erscheint ja so ein bisschen so ein kryptischer Text. Wie gesagt, es wird gesteuert über diese Sprachdateien, die wir uns später nochmal anschauen. Aber letztlich, um darauf zurückzukommen, ist die Backend-Sprache, diese Administrator-Sprache, wenn wir jetzt hier nochmal auf Sprachen klicken, wir sind in dem Reiter installiert, dann ist jetzt hier diese Administrator-Sprache eben in diesem Fall nichts anderes als die Sprache, die es uns als Redakteuren hier vereinfacht, hier das Ganze zu steuern. Interessant ist eben dabei, dass wir hier auch für jeden User, wenn wir uns jetzt hier mal verschiedene User angucken, dass wir hier für jeden User, der hier drin steht, eine andere Sprache fürs Backend festlegen können. Wenn wir jetzt also hingehen wollen und sagen, alles klar, diese Redaktion arbeitet über verschiedene Kontinente oder Länder. Ich hatte es zum Beispiel mal, dass ein Kunde hier in Deutschland die Seite eingerichtet hatte, die aber von seinen Kollegen in Nigeria gepflegt wurde. Da ging es um irgendein Wasserprojekt oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da war. Und da sollte es halt eben so sein, dass das Ganze in Landessprache dargestellt werden sollte, das Backend. Glücklicherweise gab es diese Sprache auch und ich konnte diese installieren. Und so besteht dann hier die Möglichkeit, dass man fürs Backend für jeden Redakteur also auch eine eigene Backend-Sprache einstellt. Das muss also nicht zwingend immer für jeden gleich Deutsch oder gleich Englisch sein. Oder eben Kisuady oder wie auch immer was auch. Keine Ahnung. So, wir haben also hier jetzt einmal per Default unsere Administrator-Sprache gesetzt und wir können eben jetzt hier den Reiter umstellen, das Ganze auf Side und können nun eben auch unsere Frontend-Sprache einstellen. Und da gibt es jetzt zwei Sachen, die man da eben so ein bisschen beachten muss. Beim Backend ist es halt eben so, dass halt der größte Krams der Geschichten ist hier eben vorgegeben. Das Ding hier heißt Komponenten. Die ganzen Komponenten haben alle einen festen Namen und eben die Nachrichten-Komponente heißt eben Nachrichten. Menüs heißen Menüs und Inhalt heißen eben Inhalte. Bei eurer Seite ist es jetzt aber so, wenn wir hier auf unsere Seite draufklicken, dann haben wir jetzt Beiträge. Unser Volkswagen oder was, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ach nee, das war die Kategorie. Und da sind jetzt hier unsere Beiträge drin. Die sind natürlich nicht übersetzt jetzt in erster Linie. Das heißt also, die werden erst übersetzt, wenn wir die in einer anderen Sprache anlegen. Wir müssen jetzt ganz da, ganz wichtig, das ist jetzt zu beachten bei dieser Frontend-Language, da gibt es nämlich eben zwei Sachen. Dieses Sprachpaket, was ihr installiert und das, was wir hier eben auch aktivieren, das hat erstmal in erster Linie nichts mit dem Text zu tun, den ihr dort einstellt. Also sollt ihr Leute geben, die dann jetzt auf die Idee kommen und sagen, ich stelle jetzt hier eben auf Deutsch ein und dann wird mein ganzer Text automatisch auf Deutsch übersetzt. Weit gefehlt. Nein, dem ist nicht so. Wir gehen mal hier in einen anderen Bereich. Ich zeige euch eben, was passiert. Wir klicken auf die Beiträge und klicken hier oben rechts einmal auf Optionen und blenden wieder ein, was wir eigentlich normalerweise hier ausblenden wollen, nämlich diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel den Autor, das Erstellungsdatum, das Bearbeitungsdatum, meinetwegen noch die Symbole, E-Mail-Symbol, Seitenaufrufe, bla bla bla, diesen ganzen Käse, der da oben noch mit erscheint. Das setzen wir mal auf darüber. Kategorie auch. Wunderbar. Zack, alles an. Und aktualisieren hier mal. Und ihr seht jetzt hier, erscheinen Details, geschrieben von Super-User, Kategorie Golf, erstellt 24. März und so weiter und so fort. Und das resultiert nun eben daraus, dass wenn wir wieder in die Sprachen zurück wandern und uns das Ganze hier im Backend nochmal anschauen, dann habe ich für die Sidesprache als Haupt-Default-Sprache, als Standardsprache schon Deutsch ausgewählt. Nun werden eben nicht unsere Texte hier übersetzt, sondern eben all das, was hier standardmäßig zu den Komponenten oder Modulen dazugehört. Das heißt also, zu unserer Inhaltskomponente gehören in diesem Fall halt eben diese Details gegebenenfalls dazu. Wenn wir jetzt andere Komponenten haben, wie zum Beispiel eine Galerie-Komponente, eine Gästebuch-Komponente oder, 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 da gibt es ja unzählige Varianten, eine Event-Komponente und so weiter und so fort, dann gibt es in diesen Komponenten jeweils auch Elemente, die eben Komponenten gesteuert sind. Also zum Beispiel so Detailausgaben oder wann ist das Bild gespeichert worden. Auch dort wird es dann möglicherweise einen übersetzten Sprachstring geben, den ihr aber nur dann eben ansteuern könnt, wenn ihr die entsprechende Sprache installiert. Das heißt also, das, was hier letztendlich bei uns passiert, was übersetzt wird, sind nur die Bereiche, die eben programmtechnisch aus der Komponente kommen, wie eben dieses Geschrieben von und dieses Kategorie, dieses Erstellt und so weiter und so fort. Und damit wir das Ganze auch mal anschauen können und direkt sehen, gehen wir jetzt hier ins Backend zurück und stellen bei SIDE einmal die Sprache auf Englisch um. Und wenn wir nun aktualisieren, seht ihr, das ist übersetzt worden. Auswirkungen auf unseren geschriebenen Text hat das Ganze letzten Endes erstmal aber nicht. Das heißt also, wir haben jetzt zwar eine englische Sprache installiert und die wird dann im Frontend auch ausgegeben und ist ja auch alles schön und ist ja auch alles toll, aber mit Multilanguage hat das Ganze nun erstmal nichts zu tun. Das heißt also, jetzt haben wir hier wirklich nur diese grobe Unterscheidung gemacht, was sind Backend-Sprachen und was sind Frontend-Sprachen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das muss eben gemacht werden. Und nun switchen wir eben wieder zurück, weil wir uns jetzt erstmal anschauen wollen, wie wir das aus einer Installation heraus dann eben lösen können. Und ihr seht, hier wartet immer noch unser Installationsbildschirm und damit beenden wir eben auch dieses Video 5.0 hier und sehen uns wieder in Teil 5.1, nämlich dem Video zur Installation von Sprachen und dem Festlegen von Sprachen als Inhaltssprachen. Ich hoffe, euch hat dieser erste Teil nun wieder gefallen und ihr kommt so langsam ein bisschen rein und damit werden wir das ganze Thema Mehrsprachigkeit in Joomlau ohne Zusatz-Plugin oder Mittel eben hier einmal komplett durchsprechen. Ich freue mich auf euch. Lasst mir einen Daumen da oder eben auch nicht und lasst mir auch Kommentare da, ob euch dieses Video gefallen, geholfen oder sonst was hat. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann später. Bis dann. Ciao. Ciao.